Der VfB Stuttgart holte im Abstiegskampf einen ganz, ganz wichtigen Sieg, verlässt die Abstiegsplätze, ist jetzt auf Platz 15, da sie das bessere Torverhältnis als der VfL Bochum haben und wer heute sagt, dass Stuttgart nicht verdient gewonnen hat, der hat das Spiel entweder nicht gesehen oder findet Stuttgart einfach scheiße. Das muss man einfach so sagen. Stuttgart hat heute mehr als verdient gewonnen und alles andere wäre einfach nur eine Enttäuschung gewesen. Gladbach absolut schwach heute und Stuttgart ist in Führung gegangen durch Gerasi, relativ Mitte der ersten Halbzeit und das war auch vollkommen in Ordnung. Es ging vollkommen in Ordnung, weil die einfach heute super gespielt haben und mehr kann man dazu nicht sagen. Das war auch der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit war Gladbach bemüht, den Ausgleich zu erzielen und dann gab es eine Szene, da tut mir der Verteidiger von Stuttgart echt leid. Es war aus meiner Sicht ein Reflex irgendwie, ganz blöde Situation. Es gibt einen Elfmeter, den Weigel auch, ja was heißt sicher verwandelt, halt in der Mitte. Oh, das ist für mich kein Elfmeter, also in meinen Augen, aber naja, was soll's. Drin ist drin, 1 zu 1, nur ein paar Minuten später gab es dann einen Elfmeter für Stuttgart. Dann ging der Schiedsrichter dann auch zum Videoassistenten raus, wo man erst dachte, wird der jetzt zurückgenommen? Nein, aber es ging um eine Notbremse und der Gladbach hat noch rot gekriegt und dann war es Koulibaly, der zum 2 zu 1 Endstand verwandelte, wichtiger Sieg für Stuttgart und das kann nochmal richtig goldwert sein. Bis zum nächsten Video und ciao.